so und wie hier der kleine runde battlefield ich habe keine ahnung ob es die richtige entscheidung ist wahrscheinlich mal ein untergang hier macht es schon jungs wir laufen hier während des hunderts zeitliche drohne gesicht es knallt sie ab wir haben einsatz die delta erobert achtung ich habe einen feindlichen ich habe einen feindlichen soldaten gesichtet wir haben einsatztiel charlie neutralisiert achtung einsatztiel charlie wurde erobert einsatz ziel alpha ist verloren das war nicht gut durchdacht ein bisschen an der taktik arbeiten aber keine jetzt zwar 3 1 aber keine vorsicht ich habe einen feindlichen schwarzen gesichtet sehr gut sehr gut jetzt könnte mich jemand wiederbeleben richtig richtig neust wie heißt es doch so schön mir ist das hier schwarzen die 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 Sicht Schmeißen wir da nicht auf. Das Quickscope ist so geil. Der Jungs mit den Fingern. 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 Aber mehr wollte ich nicht machen für heute. Das war das einzige, was ich noch machen wollte. Ich wollte einmal einen richtigen Quickscope hinlegen. Und ich habe das geschafft. Mehr wollte ich gar nicht für heute. Das muss festgehalten werden. Und vor allen Dingen, das muss gefeiert werden. Und ich glaube, da ist mein Onkel gerade da. Dann mal bis dann, Leute.